Ich mache noch ein Foto. Sie wissen alle, worum es hier geht. Wir werden angreifen und die russische Basis vernichten. Die Russen verfügen zur Zeit über mehr als 24 kampfbereite Divisionen. Die könnten jederzeit angreifen. Da kommen Sie! Wir müssen die Russen schlagen. Alles Musterbrücke! Krust das, was ist worden! Feuern Sie! Feuern Sie! Feuern Sie! Das ist ein Foto. Eine Foto. Das wollte ich verletzen.